Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Musikstunde in meinem Musikzimmer. Heute spielen wir das Holzhackerlied. Es geht so. Holzhacker hacken, Holzhacker hacken, Holzhacker hacken, Holzhacker hacken, Holzhacker hacken, Holzhacker hacken, fällen einen Baum. Kommt her, an die Tasten. Ich habe hier meine Aufkleber von C, D, E, F und G. Legt die Finger 1, 2, 3, 4, 5 drauf. Wenn ihr keinen Aufkleber habt, nehmt einen Knopf oder ein kleines rundes Teil. Und wenn ihr die schwarzen Zwillinge berührt mit den zwei langen Fingern 2 und 3, dann liegt der Daumen auf einer weißen Taste. Und das ist das C und hier legt ihr euren Punkt hin. Das Lied beginnt mit einem Rhythmus. Holzhacker hacken, Holzhacker hacken, Holzhacker hacken, Holzhacker hacken, Holzhacker hacken, Holzhacker hacken. Holzhacker hacken, Holzhacker hacken. Also auf allen fünf Tönen. Spielt mit. Wir beginnen mit dem ersten Finger. 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Und jetzt fünf, vier, drei, zwei, eins. Mit Text von vorne. Holz, Hacker, Hacken, 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 Fällen einen Baum. Und jetzt alle fünf. Ich begleite euch, wir spielen von Singen von vorne. Und Holz, Hacker, Hacken, 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 Fällen einen Baum. Spielt das einige Male mit der rechten Hand. Und wenn es gut klappt, dann nehmt die linke Hand an die Stelle und spielt jetzt. Achtung, mit welchem Finger müsst ihr jetzt anfangen? Richtig, das ist der fünfte Finger. Jetzt spielen wir. Fünf, 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 vier, 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 drei, 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 zwei, 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 eins, 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 zwei, drei, vier, fünf und komm. Und nochmals das gleiche mit der rechten Hand. Holz, Hacker, Hacken, Holz, Hacker, Hacken, Holz, Hacker, Hacken, Holz, Hacker, Hacken, Fällen einen Baum. Und weil ich jetzt mir nicht immer in den Händen dazwischen rumspielen möchte, suche ich mir für die linke Hand hier unten ein C. So. Wartet einen Moment. Ich bringe auch Aufkleber an. Ich habe mir in der Zwischenzeit gelbe Aufkleber für die linke Hand aufgeklebt. Unsere Hände sind nicht spiegelbildlich. Wenn die rechte Hand spielt, eins, 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 dann liegt in der linken Hand der fünfte Finger drüber. Also spiele ich mit der linken Hand fünf, 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 fünf. Spiele ich rechts mit zwei, dann ist das links der vierte Finger. Zwei, 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 zwei. Die Mittelfinger, die passen aufeinander. Drei, 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 vier, 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 vier. Und wenn ich mit der rechten Hand den fünften Finger spiele, dann liegt der Daumen da drauf. So. Jetzt spielen wir weiter an die Tasten. Für das Holzhackerlied habe ich jetzt hier meine blauen Aufkleber und hier habe ich die gelben Aufkleber. Wenn ich nicht mehr genau weiß, die Mittelfinger, die passen aufeinander. Also der dritte geht dahin. So sind meine Hände. Ich spiele Holzhackerhacken, 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 fällen einen Bauch. Mit Notnamen. Gut gemacht. Gut gemacht. Ich sage für heute Tschüss, bis zur nächsten Musikstunde.